Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Zeremonieller Tabak. Heute geht es um den Anbau und die Pflege. Gleich vorweg, meines Wissens nach, darf man pro Person 100 Pflanzen in Deutschland anbauen. Wenn du das aber genau wissen möchtest, dann recherchier es doch gerne nochmal selber. Weil bei uns der Tabak nicht winterhart ist, habe ich mir im Spätherbst die Samen gesichert und jetzt Anfang April ist es genau die richtige Zeit, um mit der Aussaat zu starten. Ich nehme dafür Kompost aus meinem Garten, du kannst aber auch Aussaaterde oder Blumenerde nehmen. Das Ganze fülle ich dann in eine Schale. Ich nehme hier gerne die Kisten von Ikea, weil die auch einen passenden Deckel haben. Das ist aber überhaupt nicht notwendig. Du könntest auch upcyceln, zum Beispiel mit Joghurtbechern oder anderen Verpackungen. Die Erde wird dann sehr gut gewässert. Das kann man mit so fancy Brausen machen, die man irgendwie bestellen kann im Gartenbedarf. Aber ich nehme da einfach eine Cola-Flasche und piekse da so ein paar Löcher oben in den Deckeln und habe da auch eine sehr schöne Brause. Ich drücke die Erde nach dem Wässer noch ein bisschen flach und dann ist es auch schon Zeit, die Samen, die wirklich super klein sind, auszusehen. Weil ich jetzt noch Platz übrig habe in meiner Aussaatsschale, sehe ich gerade noch das Johanniskraut dazu. Beide Saaten sind Lichtkeimer, deswegen muss ich die auch nicht mit Erde bedecken. Ich drücke die einfach nur sachte an und dann kommt auch schon der Deckel drauf. Also in meinem Fall ist es ein tatsächlicher Deckel. Du kannst aber auch Frischhaltefolie nehmen. Und dann kommt das Ganze entweder an ein Fenster mit viel Licht, also am besten an ein Südfenster oder es kommt unter die Pflanzenlampe. Wichtig ist, dass du das feucht und warm hältst und trotzdem solltest du das mindestens einmal täglich lüften, also den Deckel abnehmen, damit die Luft gut zirkulieren kann und sich kein Schimmel bildet. Ich mache das so, dass ich den Deckel sowieso immer so ein bisschen schräg aufsetze, sodass da sowieso noch Luft reinkommt. Aber es ist wirklich sinnvoll, das zu beobachten und lieber einmal zu viel gelüftet als zu wenig. Jetzt dauert es circa ein bis drei Wochen, bis sich die Keimlinge zeigen. Und wenn die so mindestens einen Zentimeter groß sind, bei mir auf den Bildern sieht man, sind die schon drei oder vier Zentimeter groß, kann man die gerne vereinzeln. Wie du siehst, habe ich hier vier Pflanzen in einen Pflanzentopf gesetzt, aber du kannst auch schon jeder Pflanze einen einzelnen kleinen Topf geben. Und über die nächsten Wochen kannst du die Pflanzen dann ein bis zwei Mal noch in größere Töpfe eintopfen, damit die in den schönen, ordentlichen Wurzelballen entwickeln können. So circa ab Mitte Mai, also dann, wenn es wirklich frostfrei ist, kannst du die Pflanzen raussetzen. Dafür sollten sie vier bis sechs Blätter haben und acht bis zehn Zentimeter hoch sein oder eben schon größer. Wenn du sie in einen Topf setzen willst, sollte der mindestens 40 Zentimeter Durchmesser haben. Es geht aber auch gerne größer. Und wenn du sie ins Freiland setzen möchtest, dann sollte der Boden auch schon wirklich ein bisschen aufgewärmt sein, weil das sind ja ursprünglich tropische Pflanzen. Der Pflanzenabstand im Freiland ist 40 Zentimeter, der Reihenabstand 40 bis 60 Zentimeter. Zum Standort, der sollte möglichst sonnig sein, aber letztendlich wächst der Tabak fast überall. Also ich habe zumindest in meinen Gärten den Tabak an allen möglichen schattigen und sonnigen Orten im Hochbeet, im Freiland und im Topf ausgesetzt. Und überall ist er an sich gewachsen. Aber die Größe kann sehr variieren. Also wenn es sonnig ist und die Wurzeln viel Platz haben, dann wird er schon mal 1,80 bis 2 Meter groß. Wenn die Bedingungen eher nicht so gut sind, dann wird er vielleicht nur 40, 50 Zentimeter groß. Probier das einfach gerne aus, wo sich der Tabak bei dir am wohlsten fühlt. Die Tabakpflanzen, die düng ich dann mit Gemüsedinger so circa alle 1 bis 2 Wochen. Die Blütezeit, die startet dann circa im Oktober. Es wird gesagt, dass man die Blüten abknipsen soll, wenn man möchte, dass die Blätter sich weiter ausbilden und größer werden. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die sowieso schon sehr groß werden, die Blätter. Und ich finde auch die Blüten so, so schön und ich freue mich da so dran, wenn ich die sehen darf, dass ich die nicht abknapse. Und es fühlt sich für mich persönlich auch einfach nicht so gut an, die abzuknapsen. Und ich würde hier gerne einen Medizinmann aus Kolumbien, Atar Carana, zitieren, der zum Tabakanbau Folgendes sagte. Für den Tabakanbau wurde uns folgendes Wissen weitergegeben. Du pflanzt vier Pflanzen. Eine ist der Wächter der anderen drei. Diese Pflanze bleibt unversehrt. Von der zweiten und dritten nimmst du die Blätter für deine Medizin und von der vierten nimmst du die Samen. So hältst du die Balance und eine gute Beziehung zu den Pflanzen. Wenn du noch Fragen oder Tipps hast, dann schreib die doch gerne in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf. Und wenn du wissen möchtest, wie du den Tabak ernten bzw. fermentieren kannst, dann schau dir doch gerne die Videos aus der Videoreihe, die ich dazu gemacht habe, an. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Anzucht und Pflege der Pflanzen und einfach eine ganz schöne gemeinsame Zeit mit deinen Tabakpflanzen. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!